jetzt sind wir wieder mit Let's Play Star Fox Adventure mit Agner 97 und WeHawk LP und wir haben uns schon mal informiert wo wir hin müssen ja direkt vor uns kommen nein wir wissen es nicht aber warum warum wir Dino ein Dino, ein Dino, ein Dino, ein Dino, ein Dino, ein Dino, mein Gott Hilfe, wenn du es zu bieten ich sehe gerade, ich habe eine Antriebe in Skype was ist mit Skype? da wurde ich angeschreibt warum tut jemand das? um mir zu sagen, dass man mich vermisst schrecklich vermisst ja ich möchte das würde auch mal einer zu mir sagen ja das tut keiner keine Masse okay Tricky, du bleibst hier, ich gehe runter aber ich muss doch mal nach unten helfen und genau das tust du, indem du hier oben bleibst na gut Fox, aber beeil dich, Mami ist wirklich ziemlich krank du bekommst das mit Lesen immer besser hin ja Gott sei Dank, es wird besser man sieht Pilz Pilz über Pilz so viele Pilze und was suchen wir hier eigentlich? Pilze richtig, weiße Flitzpilze wie ist Fox gerade schon zu seiner totkranken Dinosaurier-Mutter gesagt hat äh ne Fox hat eine todkranke Dinosaurier-Mutter das ist interessant finde ich auch ja, sehr interessant guck, das ist doch steh, mach so mach so die Schnauze bumm wenn wir die Viecher hauen, dann schlagen sie uns nicht für mich der Soziale na, durch auf dann gehen wir mal hier weiter mit Energiezellen da oben ich noch nicht weiß, wie man kommt jetzt weiß ich Sprungplatte fail diese Sprungplatten was sie äh auf sich haben das werden wir euch noch zeigen aber wir können es noch nicht zeigen weil wir zu fail sind kann auch einfach ein Spornbild und mein Gott wir benutzen eine Bombenspur nein, du wirst doch nicht was werde ich nicht du wirst doch nichts in die Luftbomben nee, ich lass mich von dem hässlichen Ding hier schlagen ja, das ist auch eine Alternative eine sehr gute Alternative und was ist da? was ist das? ein 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 Loch ein Loch in dem unser Stab ein Name abgeht ein radikaktives Loch ja werden Foxen verseuchen mit der langsam still stirbt aber wir kommen gut voran die ich finde ja und wir drücken wieder aah aah das hätte ich fast vergessen oh mein Gott wie konnte ich nur Schande über mich was haben wir bekommen? der Lanzensprung suche die Lanzensprungplatten im Boden mit ihrer Hilfe kann dein Stab seine Spezialtechnik einsetzen und dich auf hohe Vorsprünge katapultieren und ich kann mein Headset wieder richten weil ich es falsch aufgesucht hatte und es mich am Ohr gejuckt hat so Sachen machst du auf jeden Fall kratzt du dich nicht gerne am Ohr? doch liebend gerne ich würde am liebsten den ganzen Tag da hocken und mich nur am Ohr kratzen weil es ist ein herrliches Gefühl kann ich mir vorstellen was drücken wir? aah ok wer mit der Lanzensprung bekommt also lecken die und sie hinten in der Ecke er leckt mich rekt mich das Viech kann mich echt mal lecken also sind wir zählen und benutzen das oh nein tut sich du wirst du nicht was haben wir eine Zelle eine Energiezelle nein Energiezelle wir haben schon 40 Prozent und war so klar was kann das sagen ein Schalter ich glaube es nicht aber es ist jetzt doch einer unglaublich aber wahr Juppert bringt uns nichts denn wir können nicht zu dieser Schalter schließlich probieren wir es noch mal ist Regierler braucht ja sind da oben und liegt auf der Faustaut geh auf böses Ding das heißt so einfach kommen wir da nicht rein aber wer aufgepasst hat hat gesehen da draußen ist noch eine Sprungplatte nein das hast du nicht gesehen nee das ist weibliche Intuition ja genau eindeutig schlagen wir dieses Viech kaputt wenn es denn mal sterben würde und wir steigen unseren Pilzen vorbei die uns tröten wollen ich weiß nur nicht warum es Pilze töten möchten ja ich weiß es auch nicht also das ist irgendwie sehr seltsam dass ich gerade was vergessen habe und das wieder machen darf was ich werde es zeigen oh Gott uns fehlt nämlich etwas in unserem großartigen rechts unten vorhandenen Inventar wovon haben wir null oh mein Gott du hast recht wir haben keine keine wir haben keine was war das nochmal wir haben keine wir haben es nicht wir haben es egal was das ist wir haben es nicht komm oh da hinten ich dachte schon das kommt jetzt auf die Sporen haben wir natürlich keine richtig Raumbensporen deswegen gehen wir jetzt wieder hier weiter gehen hier links hoch und schießen uns selbst auf wuhu wuhu aber unsere magische Energiegelankern aus deswegen schneller wir laufen mit block speed block block das kommt raus wenn man nicht richtig sprechen kann aha und schießen und mal unglaublich alles kaputt hier unglaublich ich möchte bemerken wie perfekt ich diesen Block ausgeschnitten habe diesen Block das war also hey ich habe noch nie jemanden gesehen der so voller Graz hier an einem Block vorbeigesprungen ist wie du ich möchte ja nicht drauf springen ich möchte ihn ja auf den Schalter schieben es war trotzdem sehr schön aus wie du da runter gesprungen bist und ja ich danke dir einfach wunderschön herrlich aufstehen aufstehen schneller steh auf du viel du würdest hier schlafen kannst du später aber ich möchte dann bist du genauso durchgestalten ja das ist richtig der Basarhüter ist ein schlauer naja ich hab nicht das Gefühl vorausgesetzt du hast genügend die Hälfte die Hälfte ja du brauchst du nicht das das ich weiß nicht er hat gleich die Hälfte genommen die nur aufgrund der Kilo aufgrund der Antrieb aufgrund der Antrieb aufgrund der Kürz wir wollen nicht nein die Hälfte da wollen wir wenn wir nicht so vergiftet sind das soll dieser Bild früfte ich immer egal was gemacht so super oder absolut bei dem Fernsehen ich hau dich kaputt Kürz so muss es auch geben natürlich und schau mal Tricky war nicht nicht lieb er hat hier nicht gewartet Tricky Doos schöner Du Sau Sack Sack was sie recht oh wo gehen wir hin wir gehen jetzt sich hauen ein bisschen ich jetzt grillen wir kaufen dich an den Barthardtypen Ohja und benutzen hier und sonst die Versprung Nein du nicht mein Gott ich brauche hier vom Sport so zum Beispiel wenn wir schon dabei sind die Blut zu finden dann finden wir haben was die Kürz Oh Gott muss ich zweimal drauf schießen auch gut und auch unser Stab bekommt wieder und wieder aggressiv ok wir müssen mehrere Ziele viele Schalter 1 2 2 3 3 4 noch öffne dich wir gehen rein und wieder ein Upgrade richtig ein Secret Upgrade Gucken wir was es ist so ok drücke A Richtig Gucken wir erledigt Erweiterung des Stab Magiemeters schon wieder weil wir dann wieder mehr erhören und erhören ja darüber muss man mal nachgedacht haben auf jeden Fall jetzt haben wir schon wieder ein Ziel Glück gefunden das eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre genau aber warum finden wir das um es euch zu zeigen natürlich natürlich wollen euch doch wirklich viel von dem Spiel zeigen wir können ja fast nur 100 Prozent lang versuchen aber ich glaube dann kriegen wir nicht hin also ja ich weiß ja nicht wie gut du das Spiel kennst also ich könnte hier keinen 100 Prozent dach hinbekommen ich auch nicht jedenfalls nicht ohne Hilfe ja wir lassen ihn hier noch kurz suchen jawohl bevor wir uns zum Basar aufgeben aufgeben ja bevor wir uns im Basar übergeben weil leider kann ich den nicht einsammeln zum Basar übergeben das wird den Shopkeeper nicht freuen ok wir sehen uns dann im nächsten Part mit Agner97 und WeHawkAP und wir werden uns im Basar übergeben bis dahin Ciao Ciao Tchau Tchau